Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Merlin Place CevTech Ages of the Sky. Ja, weiter geht's wieder auf unserer Insel und heute werden wir uns ein kleines bisschen mit einer Dimension beschäftigen und ein kleines bisschen mit Magie beschäftigen. Was heißt mit Magie? Wir werden mit Blut spielen. Ja, das ist das, was vernünftige Menschen so machen. Man spielt mit Blut und ich habe nebenbei auch immer ein kleines bisschen mehr von diesem Zeug eingeschmolzen. Dann sollte eigentlich nur eine Sekunde dauern und dann sollte der nächste, jawohl, können wir wieder den nächsten Ding rausklopfen. Und habe ich da gerade ein Zombie grunzen gehört? Ich denke eher nicht. Wir müssen nämlich in die Hunting Dimension. Was heißt, wir müssen, wir wollen, ich war zwar damals schon kurz drinnen, aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also ich habe irgendwie was anderes erwartet. Egal, wir gehen trotzdem rein. Wo will ich denn überhaupt hin? Hunting Dimension. Ist ja auch ein Quest, aber naja, egal. Wir brauchen Oakwood und ein Steinschwert. Das sollte kein Problem sein. Steinschwert, das muss wahrscheinlich ein neues sein. Können wir uns craften, ist nicht das große Problem. Denn irgendwie, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Also ich habe mir mal angeschaut, ich habe mir mal angeschaut, wie man da drinnen eine Mobform bauen könnte. Aber irgendwie will die Dimension nicht so richtig Mob spawnen. Keine Ahnung, wir werden es probieren. Ui, okay, da brauche ich mehr. Ich brauche zwei unten, zwei oben und sechs Stück. Das heißt, ich brauche nochmal zwei Portionen hiervon. Das heißt, ich brauche nochmal eins, zwei, drei, vier. Und nochmal zwei Sticks. Und ich glaube, den ganzen Rest, kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Zack. Jawohl. Und zack. Genau, ist egal. Müsste passen. Ein bisschen Holz ist übrig geblieben. Und dann brauche ich nochmal ein Eisenschwert. Und jetzt habe ich wieder nicht überlegt, wo ich das Ganze hinbauen möchte. Aber wir könnten es im Grunde genommen eigentlich auch hierher bauen. An sich ist wirklich egal. Weil wir einfach nur Hilfsblöcke wären vielleicht auch sinnvoll. Ein bisschen dort bitte. Genau, die Ecken müssen wir nicht ausfüllen. Und dann ist das aufzubauen wie ein normales, wie ein normales Nether-Portal. Ist auch okay. Zack. Zack. Und jetzt sind nur zwei übrig. Dann können wir oben die Ecken nur ausfüllen, damit es ein bisschen hübscher ist. Unten ist jetzt nicht ausgefüllt, aber ist egal. Und jetzt einfach nur mit einem Steinschwert rechts klicken. Und los geht's. Und bevor wir jetzt da reingehen, würde ich fast sagen, ich habe nur mehr Herzen dazu bekommen. Also ich habe nur einen Tipp bekommen, wie das Ganze funktioniert. Sobald ich eins davon über 90% bekomme, bekomme ich zweieinhalb Zusatzherzen. Und zweieinhalb hatten wir ja schon vom Protein. Und jetzt haben wir nochmal zweieinhalb dazu bekommen von den Früchten. Das bedeutet, wir haben jetzt insgesamt 15 Herzen. Und jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich das Grain und die Vegetable auch nochmal nach oben bringe. Aber was wollte ich eigentlich? Ich wollte Stein holen. Und ich merke gerade, ich habe gar nicht so viel Stein. Wo ist da was gespawnt? Irgendwo spawnen da Mobs. Ich habe das Trompeten gehört. Aus dem Portal raus? Das Portal macht die Geräusche. Das Portal macht Mobgeräusche. Äh, ist ja krass. Okay, kann ich damit leben? Ich merke gerade, ich habe zu wenig Stein. Ich habe viel zu wenig Stein. Ich glaube, ich muss nur Stein farmen. Egal, wir gehen jetzt erst einmal rein. Und einmal sneaken. Jawohl, und hier angekommen erwartet uns, naja, es erwartet uns gar nichts. Ich habe wieder gesneakt, was natürlich doof ist. Schnell wieder zurück. Ich wollte eigentlich nur hier rausgehen zum Sneaken. Runterfallen. Ach, Menno. Wieso fällt er da jetzt runter? Wieder der alte Sneak Bug. Das hat mir bis jetzt noch kein einziges Mal passiert. In dieser Welt. Wo ist jetzt mein Grab? Oh, es ist hier zum Glück. Zum Glück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe schon gedacht, das ist irgendwo. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Genau, und hier sollte das Ganze dann nicht mehr passieren. Genau, dann gehen wir jetzt hier einfach mal eins, zwei, drei, vier, fünf, 32 Blöcke weit weg. Dann können wir hier, ich weiß nicht, eigentlich sollten in der Hunting Dimension, in der wir ja sind, die Mobs direkt auf einem spawnen. Aber ich gehe trotzdem für Erfarm nochmal den Sicherheitsabstand nach hinten. Genau, und hier drauf sollten dann eigentlich die Mobs spawnen. So, die Ultra Basic Mob Farm steht jetzt einmal und da kommen wir auch schon zum Problem. Was ich ja auch schon generell festgestellt habe, ist, es spawnen so selten Mobs. Also es ist, keine Ahnung, entweder ist es broken oder ich habe irgendwo einen Denkfehler drinnen. Denn auf jeden Fall weiß ich nicht, ob ich hier Glück habe oder ob es nicht einfach sinnvoller ist, wenn wir, wenn ich einfach irgendwo anders hingehe, auf die, auf die Insel da drüben zum Beispiel. Äh, wo ist sie denn? Auf diese Insel hier drüben, denn da kann man recht schön Mobs formen. Ich weiß es nicht, muss man schauen. Aber das ist dann eher so eine kleine Offscreen-Aufgabe, die Mobs zu formen. Was entscheidend ist, wir brauchen Tin-Ingots, wir brauchen Strings und was war das dritte, was wir noch brauchen? Denn um bei Blood Magic in der neuen Version, also was heißt, ja es ist ja in der 1.12, die neue Version anfangen zu können, um die Blutaltar überhaupt craften zu können, brauchen wir ein Demonic Will. Und das Demonic Will brauchen wir sogar noch mehrere, wir brauchen später hier nochmal eins, wir brauchen hier noch ein paar und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das erste brauchen wir hierfür und die bekommt man, indem man Mobs mit den Rudimentary Snares abwirft. Die bekommen dann so einen kleinen Trank-Effekt, wir brauchen noch Asche. Ist da noch was übrig? Nein, da ist nichts mehr übrig. Einmal Asche bitte. Können wir mal ruhig die 8 Stücke durchmachen. Einen Grill aufbauen. Und hier rein, die eine, die ich bekommen habe, die habe ich leider weggeschmissen, weil ich mir gedacht habe, ja damals war einfach das Storage-Problem zu groß. Und wie gesagt, wir müssen jetzt mit diesen Snares auf die Mobs werfen, dann bekommen die so einen Partikel-Effekt, so einen Trank-Effekt und mit Glück, mit Glück bekommen die den. Und sobald die den Trank-Effekt haben, muss man die killen und dann droppt ein Demonic Will. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer droppt oder nur mit einer Chance. Kein, kein, ja ich weiß es nicht. I don't know. 16 Stück hätte ich gerne mal für den Anfang. Ist die Chance, dass wir zumindest eine Demonic Will bekommen, glaube ich, gegeben. Ich habe schon wieder, glaube ich muss noch ein kleines bisschen farmen. Kein, kein, kein Tin, kein String, fast nichts mehr da. Ja, egal, ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal auf Mob-Tour. Wie gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal da drinnen, ob hier irgendwas spawnt oder eben auch nicht. Ich kann nochmal kurz nach vorne schauen. Aber ich befürchte, wir haben hier kein Glück, das können wir ausschalten. Ja, egal, ich warte jetzt einfach mal ab, ob ich nicht irgendwo einen Mob finden kann. Denn anders können wir schlecht weitermachen. Das Portal, das macht Geräusche, das macht Mob-Geräusche. Also das muss ich definitiv weiter weg von meiner Base stellen. Die Frage ist, wenn ich das umbaue, wenn ich das versetze, dann ist wahrscheinlich auch dieses Portal versetzt. Was doof ist. Egal, dann lassen wir es eben hier stehen. Dann habe ich eben Mob-Geräusche. Okay, das können wir natürlich noch nicht machen. Wie gesagt, interessanter wäre natürlich erst einmal der Blut-Altar, damit man überhaupt einmal anfangen kann. Und ein Dagger, ich kann mir das Ganze mal einspeichern. Also wir brauchen den Dagger, wir brauchen den Blut-Altar. Wir sollen eine Hellfire Forge craften. Und dann hätte ich natürlich noch gerne einen Petit-Tartaric Gem. Müssen wir noch schauen. Den könnte man sogar hinbekommen. Okay, blaue Blume haben wir. Das Schwert, sieht man da irgendwie? Okay, da brauchen wir zwei Stück dann hiervon. Egal. Werden wir sehen. Ich warte jetzt erst einmal auf Mobs. Okay, mir ist jetzt in der Handding der Menschen zu blöd geworden. Da spawnen einfach keine Mobs. Entweder das liegt an dieser Mob-Fang-Konstruktion. Oder keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Egal. Ich werde hier mein Glück versuchen. Muss ich nur abwarten, bis hier mal ein Mob spawnt. Normalerweise sollten die aber spawnen. Keine Ahnung. Am Anfang relativ wenig erfahrungsgemäß. Und dann auf einmal so viele, dass man sich nicht mehr wehren kann. Ich hoffe, wir können jetzt mal ruhig und gechillt mit einem normalen Zombie anfangen. Nein, natürlich nicht. Doch der Zombie. Der Zombie hat eine gute Range. Die Creeper lassen mich hoffentlich in Ruhe. Das wäre nice. Genau. Und jetzt müssen wir den eben... Ah, wir haben Glück gehabt. Beim ersten Mal ein Treffer. Aber jetzt kommt so ein blöder Golem. Und wir haben eine Dämonic Will bekommen. Nice. Und zwar eine ziemlich schlechte, was auch okay ist. Denn ich brauche keine gute. Die blöden Eulen. Das ist so gefährlich, dass einen die runterschubsen. Ich brauche gar keine gute. Ich muss einfach nur irgendeine haben. Es wäre sogar eher doof, wenn ich jetzt eine mit 3,0... Also die Dämonic Wills, die haben Werte. Von 0,00 bis irgendwas. Und für gewisse Dinge brauche ich Dämonic Will mit mindestens einer Stärke von 1. Kann die auch zusammencraften. Aber in unserem Fall brauchen wir jetzt eigentlich nur mal eine mit Stufe... Stufe egal. Dementsprechend ist es auch ganz okay, wenn das jetzt eben wie hier eine 0,23er ist. Weil wir wollen uns ja sowieso nur den Blattaltar craften. Wir brauchen den Ofen. Wir brauchen Bronze. Wir brauchen... Stein war hier drinnen. Der Ofen war, ich glaube, hier drinnen. Jawohl. Und dann können wir uns schon den Blutaltar craften. Und wie immer habe ich mir natürlich keine Gedanken... Okay, da bekommen wir sogar das Buch dazu. Wieder keine Gedanken macht, wo ich das Ganze überhaupt aufbauen will. Da das aber momentan relativ egal ist, würde ich sagen, wir bauen es jetzt einfach mal hier auf. Genau. Später ist dann natürlich wichtig, wenn man die größeren Stufen aufbaut. Aber für den Anfang ist es völlig egal. Und damit wir jetzt überhaupt irgendwas anfangen können, brauchen wir natürlich den Sacrificial Dagger noch. Was brauchen wir hier? Wir brauchen ein Sharp Bone. Okay, haben wir bekommen. Und zwei hiervon. Jawohl. Genau. Und jetzt können wir eben hier Blut reinfüllen. Indem wir uns selbst ein kleines bisschen wehtun. Jetzt ist die Frage, bleibt das Blut da drinnen oder geht es in den Output Tank? Nein, doch, es geht in den Output Tank. Also wir haben jetzt 200 Millibucket Blut da drinnen. Oh, und ich merke, ich habe hier einiges verloren, weil ich gestorben bin. Wie gesagt, nochmal danke für diesen Tipp. Mir wurde das alles nochmal erklärt in der letzten oder vorletzten Folge. Also wen es interessiert, der kann da gerne mal sich das durchlesen. War ein Tipp von der Community. 200, 400 Milliliter waren da jetzt drinnen. Wie das ganze System funktioniert mit den Zusatzherzen. Jetzt müssten dann 600 Milliliter im Output Tank sein. 800.000. Genau, jetzt dürfte dann eigentlich alles verschwunden sein. Also alles, was hier reingeht in Blut. Ein Bucket geht in den Output Tank. Und ab da können wir dann alles verwerten, was wir bekommen. Ich habe mein Handy nicht auf Leise gestellt. Was doof ist. Aber egal, jetzt ist es so. Genau, also jetzt ist alles verschwunden. Und wenn wir jetzt nochmal die 200 Milliliter, oder Millibucket sind es ja hier. Deswegen kommen wir die ganze Zeit durcheinander. Hier reinfülle, die 200 Millibucket bleiben dann da drinnen. Und wir sollten schön langsam auch wieder, okay, ein kleines bisschen müssen wir noch essen. Protein können wir auch essen. 200. 400. 600. 800. 1000. Jetzt haben wir mal einen Liter drinnen. Jetzt ist bloß die Frage, was wollten wir machen mit dem Altar? Ich speier den jetzt nochmal ein. Weak Blood Orb. Was können wir denn alles machen? Blank Slate können wir machen. Black Quartz Sword haben wir noch nicht. Also das können wir leider noch nicht machen. Wir können ein Life Essence Bucket machen, was uns nichts bringt. Wir können ein Buch machen, was uns nichts bringt, weil wir kein Buch haben. Können wir irgendwas Sinnvolles machen? Ja, okay, wir sollen den Apfel machen. Mit 1500. Wir sollen einen Apfel machen. War nicht irgendwas mit diesem anderen, mit diesem Korallium, habe ich gedacht. Okay, aber das geht nur im Tier 2. Das funktioniert leider nur im Tier 2, weil es der Zweite ist. Für den ersten brauchen wir Blut und das haben wir momentan nicht. Wir könnten zwar jetzt das Meldery herstellen. Die Frage ist, bringt uns das was momentan? Rune of Sacrifice. Rune of Self Sacrifice. Okay. Egal, egal. Was wollten wir machen? Wir wollten einen Apfel da reinschmeißen, weil das eine Quest war. Dafür haben wir aber 1500 gebraucht. Das heißt, ich muss nur 1, 2, 3 mal. Genau, dann können wir den Apfel da reinschmeißen. Und dann haben wir auch unsere zweite Quest erfüllt. Ich werde den Apfel nicht nehmen. Der Apfel bewirkt, dass wir diesen Step Assist verlieren. Aber dadurch, dass das nicht der Vanilla Step Assist ist, bin ich eigentlich ganz froh drum. Also ich mag den. Ich mag nur den Vanilla Step Assist nicht, weil der eben immer durcheinander kommt. Wenn man mehrere Stufen rauf geht, dann verliert der, also dann springt der immer so blöd, was ich absolut doof finde. Und dementsprechend werde ich das Teil nicht essen. Ah, wir haben unsere zwei Zusatzherzen wieder. Okay, Protein ist okay. Jetzt müssen wir wieder auf Früchte umsteigen. Zweieinhalb Zusatzherzen sind es, wenn man es genau nimmt. Und wir könnten hier schon mal 2 drin, 100, 200, 500, 700. Ja okay, das verliere ich sowieso wieder. Egal, ich gehe jetzt einfach mal runter. Und kann mir das Ganze wieder anfressen. Genau, wie gesagt, sonst haben wir ja glaube ich nichts mehr gehabt, oder? Das können wir nicht. Nein, das war das Einzige. Blank Slate könnten wir uns noch craften, um eine Brune herzustellen. Das wäre natürlich auch noch genial. Dafür brauchen wir allerdings den Hellfire Forge. Wir brauchen ein Blank Slate, wir brauchen eine Asche und wir brauchen Wie funktioniert jetzt das? Da brauchen wir noch etwas. Das brauchen wir dafür. Ein Acane Ashes. Und wenn ich das richtig verstehe, Minimum Null Will. Das heißt, wir brauchen hier gar kein gar kein gar kein Will Drop, oder wie das heißt. Vielleicht funktioniert es auch so. Ich denke, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir haben das hier gebraucht. Ich weiß gar nicht, was war das alles. Und Clean Stone. Können wir eigentlich alles schon im Inventar haben. Jawohl, es funktioniert sehr schön. Genau, und mit diesem Teil müssen wir uns jetzt dieses Teil herstellen. Eine Asche, ein Gunpowder, ein Charcoal. Genau, dann stellen wir uns das hier oben einfach her. Es war eine Asche, ein Gunpowder, ein Charcoal und ein White Die. Ah, okay. Ich brauche doch den Dämonic Will. Ich brauche einen Dämonic Will, um das Ganze zu starten. Der muss keinen Wert haben, das ist völlig egal, aber ich brauche den Dämonic Will. Okay, jetzt sind wir einen kompletten Tag in der Hand der Menschen verbracht und es hat nichts gebracht. Dann war ich kurz auf der Insel in der Nacht und ja, siehe da, ich habe einen Dämonic Will mit 0,11, eins mit 2,17 und eins mit 3,62 und wir wollten uns ja einmal dieses Zeug herstellen und dafür brauchen wir aber entweder das oder das, damit es halt nichts verbraucht und dementsprechend würde ich fast sagen, wir stellen uns als Erster einfach mal dieses Teil her. Ich habe die ganzen Items schon mal ins Inventar gelegt. Doofes Pferd, geh weg. Ich tausche die jetzt einfach 1 zu 1 aus. Okay, das war das Gleiche. Blaue Style habe ich aus einer Blume raus und jetzt steht eben hier dabei Minimum ein Will und Drain auch ein Will. Das heißt, wir brauchen eins, dies funktioniert nicht. Wir brauchen dieses Teil, genau und dann funktioniert das Ganze. 2,17, 1,17 hat jetzt eins rausgezogen und ich weiß gar nicht, wie man die da jetzt reinbekommt. kann man die da rein craften oder wie funktioniert das Ganze? No idea. Hm. Muss ich vielleicht am Boden schmeißen? Ich habe keine Idee. Egal, aber ist ja im Moment nicht so tragisch. Es müsste eigentlich mit dem leeren Teil hier auch funktionieren. Ja, genau, man sieht, es funktioniert, denn wir brauchen hier ja eben die Null Will. Von dem her ist alles gut und dann versuchen wir uns eben hier einmal die Arcane Ashes nicht herzustellen, sondern das Divination Sigil. Habe ich wieder nicht eingespeichert. Oh, und ich merke gerade, mir fehlt da noch eine Slate. Mir fehlt da noch eine Blank Slate. Stein habe ich rausgeschmissen. Ich kann schon mal wieder ein kleines bisschen mehr Blut hier reinballern. Schadet nicht. Und was kann das Divination? Warum will ich das haben? Das zeigt mir an, was Weiler im Moment nicht anzeigt. Ich weiß nicht, ob das später noch dazu kommt, aber es zeigt mir momentan nicht an, wie viel Blut das da drinnen ist. Ja, okay, da kannst du finden da eventuell Möglichkeiten, dass man das später noch anzeigt, aber egal. Wie gesagt, momentan ist eben nicht mehr drinnen. Wir brauchen einmal Asche noch, die habe ich auch wieder vergessen. Kein Problem, ist noch eine da. Und dann müsste das hoffentlich so funktionieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir müssen einmal das hier auf den Boden legen. Infused stone inside of a blood altar. Okay, das haben wir. Das reinklicken und das reinklicken. Leider work in progress. Schade. Schade, schade, schade. Aber wir haben auf jeden Fall das Divination Sigil. Genau, und man sieht es jetzt. Es ist ein Tier 1 altar. Wir haben momentan 10.000 Speicherkapazität und 3.100 Lebenspunkte haben wir darin gespeichert. Wird sogar links oben auch nochmal angezeigt. Hm, da fällt es einfach weg. Interessant. Und ich glaube, wenn wir in die Luft klicken, genau, dann sehen wir sogar, wie viele Lebenspunkte. Also wir haben einmal diesen Tank. Das ist quasi der Altar und einmal haben wir unsere Lebenspunkte ja, virtuelle Bank, würde ich es jetzt einmal fast nennen. In der haben wir natürlich noch nichts drinnen, weil uns noch der Orb fehlt. Und zwar der Weak Blood Orb und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, brauchen wir einen vielleicht doch für das Beneath. Genau, das ist nämlich dann der nächste Punkt. Ja, werden wir heute nicht mehr schaffen, denn da fehlt uns noch einiges. Wir brauchen hierfür den Teleporter. Nein, da brauchen wir den Apprentice Blood Orb. Das bedeutet, ich muss das sowieso auf Tier 2 bringen. Was bedeutet, ich muss hier Blank Runes herstellen. Ah, dafür brauche ich aber den Weak Blood Orb. Okay, wir kommen nicht drum rum. Tier kenne ich noch nicht, aber Coagulated Blood kenne ich. Smeltery könnte ich, kann ich ein Smeltery bauen? Ah, die funktioniert auch mit, nein, im Melter. Rotten Flash im Table. Okay, okay, weil die Smeltery, die müssten wir ja mit Lava bepowern, von dem her wäre es relativ sinnlos. Ein Block, wie viel ist ein Block? Sind es neun? Okay, ich kann es jetzt leider nicht austesten im Moment. Egal, ich würde sagen, das mache ich dann einfach offscreen. Also, ich muss jetzt nichts anders machen, als jede Menge von den Blank Slates herzustellen, sprich, ich muss Blut einfüllen, immer 1000 LP, muss dann einen Stein drauf. ich brauche 8 Stück, das heißt, ich brauche 16, mal die Blank Slate, das heißt, ich brauche 16.000 Lebenspunkte hierfür und das dann einfach mit Cleanstone zusammencraften und den Weak Blood Orb, ja, wir haben es gerade gesehen, ich muss einfach nur Rotten Flash in den Melter reinpacken und das Ganze dann ausfließen lassen. 160 Millibuckets und der ergibt 4. Das heißt, ich brauche 4 mal 160. Okay, das ist schon einiges an Rotten Flash. Dann mache ich mal ein Table, schmeiße das Rotten Flash rein, mache Blut raus, mache diesen Coagulated Blood Ball raus, mache mir hier raus den Weak Blood Orb und damit stelle ich das dann her auf Stufe 2 und das Ganze mache ich bis zur nächsten Folge. Und damit würde ich sagen, beendet man die Folge hier für heute. Ja, sind ein kleines bisschen in Blood Magic eingetaucht, zumindest der Tier 1 Altar steht, wir haben das Acai Ashes Ritual gemacht, wir haben die Hellfire Forge, die Basics sind alle da und damit ist unser Queststrang jetzt erst einmal erledigt, aber ihr habt es ja schon gesehen, für Spineath brauchen wir dann definitiv noch weitere Sachen, aber so viel und mehr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, wie immer noch zum Schluss meinen Wunsch bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren, und dann wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.